ein neuer tag ein neuer booster hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder da seid ja wir hatten ja im letzten täglichen booster ein godpack gezogen natürlich richtig nice und dadurch haben wir auch einige marvel rares und super rares die man vielleicht sonst nicht hätte ziehen können also da ist die wahrscheinlichkeit dann doch schon ein bisschen höher dass man vielleicht ja das set zumindest was super rares und marvel rares angeht doch noch komplett bekommt so heute geht's los hier mit einem wind zauberstein dann haben wir als nächstes eine resonator spielmarke typ zombie das wasser von zeus das feuer von zeus die finsternis von zeus der wind von zeus das sind zeus booster hier typhons antikörper ross war dann eine super rare und ich habe mich jetzt hier gleichzeitig schon gespoilert die holos eine normale also die super rare ist mech fenris und dann haben wir noch mal rosqua in holo full art sehr schön dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt sehen wir uns im nächsten video bis dahin ciao Outro